Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch Haferflockenbrötchen machen. Und zwar das Rezept ist wieder aus leckeren Brötchen vom Landhaus-Team. Ich habe daraus schon mal ein Rezept verfilmt, und zwar das war Semmeln oder Brötchen, heißt es. Der ist so gut ankommend, der Film, dass mich wirklich teilweise Leute über Facebook angeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, hättest du uns nicht nochmal so ein einfaches, leckeres Brötchenrezept, was wirklich gelingssicher ist? Ich habe gesagt, klar, kein Problem, ich mache euch nur mehr Filmchen vom Brötchen. Jetzt habe ich mir die Haferflockenbrötchen ausgesucht. Ich hoffe, sie kommen genauso toll bei euch an, wie bei uns, die Gepätsche öfters bei uns geben. Wie immer, wir brauchen nicht viel Schnickschnack dazu, und wir legen auch gleich los. Und zwar 100 Gramm Haferflocken, eine Prise Zucker und ich habe jetzt eine halbe Teelöffel Salz genommen. Im Rezept steht ein Teelöffel, ich habe jetzt eine halbe Teelöffel genommen. Einen ganzen Wurfel Hefe, 400 Gramm Weizenmehl Typ 405, 3 Esslöffel Speiseöl, und 270 Gramm lauwarmes Wasser. 2 Minuten, Teigstufe, und los geht's. Danach sehen wir uns gleich wieder. So, der Teig ist jetzt geknetet. Schöner Teig. Wir fangen dann auch gleich an, Brötchen zu formen. Der Teig geht also vorher nicht. Dafür hole ich euch wieder näher zu mir her. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe euch jetzt näher zu mir hergeholt. Und ich hole jetzt den Teig raus. Wie ihr seht, ist er fast draußen. Also ein schöner Teig. Ich schneide jetzt neun gleichgroße Teile. Und wie immer zeige ich euch, wie man sie faltet. Und zwar, wir drehen sie, wir kreisen sie auf der Arbeitsfläche, bis sie Spannung bekommen. So, schauen sie aus. Da ich sie ja wieder in meiner vorbereiteten Baguetteform backe, tue ich sie jetzt ein bisschen länglich rollen. Wer sie rund haben möchte, kann sie natürlich auch rund aufs Backblech. So schauen sie dann aus. So, ich lege sie jetzt mal alle auf die Seite. Und dann fange ich alle an zu schleifen. So, sie sind jetzt fertig geschliffen. Da ich sie jetzt noch mit Haferflocken bestreuen möchte, habe ich jetzt eine Schüsselle mit Wasser hergerichtet. Ich schneide sie ich schneide sie jetzt gleich ein. Ich werde sie kurz im Wasser baden und in Haferflocken wälzen. Na, schauen sie so aus. Und das mache ich jetzt mit alle und tue sie auf mein Backblech legen. So, schauen sie jetzt aus. Die Brötchen gehen jetzt für 15 bis 20 Minuten. Also lassen wir sie jetzt gehen. Ich tue sie mit meinem Deckel wieder zudecken. Ihr solltet sie, wenn sie es auf einem normalen Backblech macht, auch zudecken. Derzeit halte ich meinen Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und wenn sie gegangen sind, bevor sie in den Ofen reinschiebt, zeige ich sie euch nochmal schnell. So, meine Lieben, die Brötchen sind jetzt ca. 20 Minuten gegangen. Wahnsinn! Ich packe sie jetzt bei 250 Grad in meiner Baguetteform mit Deckel. Da kommt der Deckel drauf. Auf einem normalen Backblech den Backofen auf 200 Grad vorheizen und je nach Ofen ca. 25 Minuten backen. Ich stelle jetzt meinen Ofen auch auf 25 Minuten ein und dann gucke ich mal, wie weit sie sind. Und wenn ich sie rausgeholt habe und die Brötchen ausgekühlt sind, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich! So, ihr Lieben, die Brötchen sind jetzt fertig und ausgekühlt. Ich zeige sie euch mal. So schauen sie aus. So schauen sie aus. Richtig schön aufgegangen. Hört mal. Hört mal. Hört ihr wie knusprig die sind? Und doch weich. Weich, also aber irgendwie schön knusprig. Ich schneide mal eins auf, damit ihr ausseht, wie sie innen drin ausschauen. innen drin sind sie noch so schön lauwarm. Seht ihr es? Seht ihr es? Der Deckel. Tu mal, wie immer, kosten. So was von lecker. Und ihr seht, man kann auch mit wenig Zutaten ganz tolle Brötchen zaubern. Wer möchte, empfehle ich wirklich dieses Brötchenbuch. Es sind tolle Brötchen drin. Die sind total easy zu machen. Egal ob süße Brötchen oder zum Festsporn. Brötchen. Also einfach genial. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Und bis bald. Eure Zaubernixe. Ciao. Ciao.